Wir sind heute hier am Gaskasten und das hat einen ganz speziellen Grund. Wir gehen an das Thema Gas ran und dazu nehmen wir euch heute mit. Hallo Ben! Hey, was machst du da drin? Hallo und herzlich willkommen bei Rocky und Tour. Mein Name ist Daniel und heute geht es wieder mal um ein Projekt, das ich hier in unserem Wohnmobil, in Euramobil verwirklichen möchte. Also alle, die gerne mit uns auf Tour sind, ihr dürft gerne in einen der anderen Videos wieder mal reinschauen. Heute geht es ein bisschen um einen kleinen Umbau. So, und zwar es geht heute um die Gasanlage. Ich möchte, wie ihr es ja bereits gelesen habt im Titel, ich möchte hier eine LPG-Gasflasche einbauen. Und ich möchte euch kurz sagen, warum bauen wir uns hier einen Festtank ein und warum kommen wir nicht mit unserer normalen Gasflasche zurecht. Also, vorab vielleicht ganz kurz die Information. Natürlich sind wir auch mit zwei 11-Kilo-Flaschen hier recht gut zurechtgekommen im Wohnmobil. Und ich habe das Thema LPG-Festgas-Tank-Einbau immer wieder verfolgt und habe mir immer wieder gedacht, nee, ich sehe da gar keine Notwendigkeit, gar keinen Reiz. Aber ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht und letzten Endes hat es mich dazu bewegt, die Entscheidung zu treffen, auch in dieses Wohnmobil einen Festtank einzubauen. Das heißt, wir lassen eine 11-Kilo-Gasflasche drin und bauen eine Festgasflasche ein. Ich habe die hier, die ist aber etwas schwer. Ich zeige sie euch nachher nochmal im Detail. Ja, warum? Hier ist es natürlich so, dass wir den Kühlschrank, wenn wir autark stehen, unter Gas laufen lassen, denn das Warmwasser unter Gas läuft. Und natürlich jetzt, wie gerade erwähnt, auch die Thoma-Heizung. Wir haben eine 4-KW-Heizung verbaut. Meiner Meinung nach würde diesem Fahrzeug eine 6-KW besser tun, das ist meine persönliche Meinung. Und ja, fürs Kochen brauchen wir ja auch noch Gas. Der wirkliche Grund, warum wir aber uns für LPG entschieden haben, und das auch nur für eine Flasche, liegt darin vor allem im Winter. Wir möchten auch mal spontan im Winter mit dem Fahrzeug wegfahren. Ich habe das Fahrzeug aktuell noch draußen stehen, sodass ich überlege, den Winter über mit 6-7 Grad hier dieses Fahrzeug durchzuheizen. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, das ist aber auch nicht mein Thema heute. Und so ist es, dass wenn wir dann mal ein Wochenende weg möchten, die Gasflasche eventuell nur noch 2-3 Liter Inhalt hat. Und was macht ihr dann damit? Dann könnte man die Flasche runterschrauben, zurückbringen, dann sind halt eben 3 Liter Gas futsch. Oder aber man baut sie anders mal wieder ein und man hat die ganze Zeit hin und her Bauerei. Deswegen LPG, ich fahre an die Tankstelle, tank das Auto auf, tank die Gasflasche nochmal auf und dann ab ins Wochenende. Und Sylvie mag es wirklich warm hier im Wohnmobil. Und dann braucht man sich auch keine Gedanken machen, Sonntag, wenn man zurückkommt, an die Tankstelle, Gastank volllaufen lassen und das Fahrzeug abstellen und dann kann man auch wieder durchheizen mit 6-7 Grad. So, das war wirklich der Ausschlag. Und natürlich hat es viele andere Vorteile. Wenn wir im Ausland sind, brauchen wir uns nicht mehr über Gas so viel Gedanken machen, weil wir einfach auch im Ausland sehr gut über LPG die Flasche füllen können und so weiter. Das hat natürlich noch andere Vorteile. Das war aber so der wirkliche Ausschlag, der mich dazu gebracht hat, hier doch das einzubauen. Ich bin kein Gasfachmann, aber ich habe mich erkundigt beim TÜV. Im Moment ist ja auch die Gasprüfung bis 2023 ausgesetzt. Trotzdem werde ich das so machen. Ich möchte es wirklich gut einbauen. Ich möchte es fachmännisch einbauen. Ich habe beim TÜV angerufen, habe mir Infos geben lassen. Ich habe mit einem Caravanhändler gesprochen. Und wenn dieser Einbau fertig ist, fahre ich zu diesem Caravanhändler, lasse das hier die Gasprüfung machen, lasse das alles abnehmen und lasse es mir auch bescheinigen im gelben Heft. Und so dass, wenn wieder eine Gasprüfung angesetzt wird, dann möchte ich auch alles wirklich hier abgenommen haben. Und von dem her passt es. Was braucht ihr dafür? Eigentlich nicht viel. Ich habe mich lange jetzt mit dem Thema befasst. Ihr braucht einen flexiblen Füllschlauch. Einmal gewinkelt 90 Grad, wo er an die Gasflasche kommt und einmal, wo er dann an den Fülltankstutzen kommt. Den braucht ihr dann auch eben. Dieser Füllschlauch hat 50 cm. Dann braucht ihr eine Halterung. Und zwar eine andere, wie die, wo original verbaut ist. Das ist eine Edelstahlwandhalterung. Und da möchte ich euch einfach sagen, schaut nochmal ganz genau, die muss fachmännisch eingebaut sein. Die muss so eingebaut sein, dass die bestimmte Kräfte bei einem Auffahrunfall oder bei einem Unfall aushalten kann. Der TÜV hat mir gesagt, hier müssen M8-Schrauben rein. Und das Ganze ist ja, wie gesagt, mit so festen Surrgurten wird es befestigt. Also da könnt ihr nicht mehr diese Kunststoff-Surrgurte nehmen, die ihr jetzt an eurem normalen Tank verbaut habt. Und ich möchte die Gasflasche, die zeige ich euch gleich nochmal, die ist ja etwas schwerer, die möchte ich auch unten in den Boden nochmal verschrauben. Wie gesagt, es müssen gewisse Zugkräfte eingehalten werden, und zwar in die Längs- und in die Querrichtung, dass wenn das Fahrzeug einen Unfall hat, dass dieser Gastank da fest bleibt. Also da könnt ihr euch wirklich nochmal erkundigen. Wie gesagt, der TÜV hat mir ganz klar gesagt, verschraubt mindestens mit M8-Schrauben massiv verschraubt, sodass das auch wirklich diese Kräfte einhält. Was habe ich dann noch? Ich habe dann hier noch so eine Adapter-Tasche. Natürlich für die Füllstutzen in jedem Land braucht man andere Stutzen. Die werden ja dann hier auf diesen Befüllungsanschluss draufgeschraubt, sodass man dann auch den Gasanschluss zur Befüllung hat. Und dann braucht ihr für die Gasflasche natürlich noch irgendein Messgerät, wenn ihr wissen wollt, wie viel Gas da noch drin ist. Da gibt es ja die einfachen Messmethoden. Hier oben sind ja meistens schon an den Gasflaschen welche angeschraubt. Ich habe von Comworks ja bei uns auch das Frischwasser in einer App drinne, wo ich mir anzeigen lassen kann, auf Prozent genau, wie viel Frischwasser wir haben. Die Firma Comworks bietet auch so einen Gascheck an. Und deswegen baue ich mir von Comworks diesen Gascheck ein. Zur Flasche selber. Warum habe ich mich für eine Stahlflasche entschieden? Ich habe lange überlegt, ich wollte von Alugas hier auch eine Alugasflasche einbauen. Aber diese Flaschen unterliegen einer zehnjährigen Flaschenprüfung. Das heißt, nach zehn Jahren müsst ihr diese Flasche ausbauen, einschicken, prüfen lassen, ein neues Label holen, eine neue Abnahme für die nächsten zehn Jahre. Was ist in zehn Jahren? Ja, es ist eine lange Zeit. Aber wenn ich das Fahrzeug vielleicht bis dahin noch habe oder was auch immer, habe ich wieder einen Punkt mehr, woran ich denken muss. Nämlich, dass ich das prüfen lasse. Und deswegen wollte ich das nicht tun. Wir haben kein Gewichtsproblem mit dem Fahrzeug. Deswegen habe ich mich für diese Chemco-Flasche entschieden. Die habe ich bei Fosken heißt dieser Versand. Genau, das ist Fosken. Die haben im Bereich Gas alles Mögliche. Kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Könnt ihr reinschauen. Und der Vorteil dieser Gasflasche ist, die hat ein Volumen von 30 Liter. Hat bei 80 Prozent eine Abschaltung drinne, sodass wir 24 Liter auf jeden Fall befüllen können. Und die normale Alugas, die für die 11-Kilo-Flasche hier reingekommen wäre, hat eine Befüllung von 21,6 Liter. Also hier haben wir nochmal 2,4 Liter mehr Inhalt. Und deswegen war das nochmal mit ein Grund zu sagen, okay, passt. Hier muss ich nicht prüfen lassen. Und dann unterliegt nicht der 10-Jahres-Prüfung. Somit kann ich sie hier fest für immer verbaut lassen, ohne daran denken zu müssen, dass hier die Flasche nochmal geprüft werden muss. So, das waren die Gründe. Jetzt geht es an den Einbau. Und da nehme ich euch natürlich mal wieder mit dazu, wie ich das hier in diesem Fahrzeug gelöst habe. Und seid gespannt. Wenn es euch gefällt, jetzt sage ich jetzt vorab schon mal, lasst ein Abo da. Unterstützt unseren Kanal. Schaut euch die anderen Videos an, die wir machen. Und lasst ein Like für dieses Video da, wenn es euch gefallen hat. So, hier seht ihr nochmal die Chemco-Flasche. Und hier dieses Multiventil, das ich euch zeigen wollte. Hier eben dieser Gasanschluss von außen zur Befüllung. Und hier die Entnahme fürs Fahrzeug. Und hier ist ja diese Messeinheit, die auf Magnet reagiert irgendwie. Da ist ein Stab drin. Also die kann man auch im befüllten Zustand aufschrauben. Und da kommt jetzt von Supersense, also von Comworks, das Messteil rein. Und was ich euch eben an dieser Flasche zeigen wollte. Hier kann ich den Kragen auch abschrauben noch. Dann habe ich eben eine andere Höhe zum Verbauen. Und mehr Platz eben oben. Und das Tolle ist, ich lege sie mal so hin. Und das Tolle an der Flasche ist, dass ich eben hier diese drei Beine dazu nutzen kann. Zumindest ein oder zwei davon, um diese in den Boden zu verschrauben. Mit den mitgelieferten Schrauben. Und so wird das eine runde Sache. So, ich habe jetzt vor, hier die linke Flasche dabei zu behalten. Also das bleibt die normale Flasche. Und ich baue nur hier rechts eine feste Tankflasche ein. Dazu jetzt, wie gesagt, erstmal die alte Halterung rausschrauben. Und dann muss ich mir selber mal hier die Einbausituation anschauen. Achso, noch eine Info. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich hier so einen schwarzen Boden drin habe. Ich fand das einfach nicht optimal hier, diesen Kunststoffboden. Man sieht ja hier schon, wie die Gasflasche hier drin reibt während der Fahrt. Und ich habe mir jetzt hier so ein 0,6 Anti-Dämm- oder Anti-Rutschmatte gekauft. So, und ich glaube, das ist eine andere Sache. Dann wird das hier ein bisschen gefedert. Und auch jetzt bei den drei Füßen von der Kemco-Flasche liegt die hier etwas anders auf und reibt dann nicht direkt gegen dieses GFK-Material. So, jetzt geht es ja an den Einbau von der Flasche. Und dafür habt ihr ja hier die Edelstahlhalterung. Diese Halterung, Lukas, film mal jetzt hier rein. Diese Halterung muss ja jetzt hier verschraubt werden. Hier unten ist ja dieses GFK, circa steht hier ein Zentimeter auf. Das heißt, diese Halterung würde nach hinten wegkippen. Und hier hat man einfach nur ein Brett unterfüttert. Und vielen Dank an dieser Stelle, Gerd, für diese Information. Du warst sofort zur Stelle, als ich nicht mehr weiter wusste hier. Da hast du mir den Tipp gegeben, hier zu unterfüttern mit so einem Brett und Holzstück, das ich mir zugesägt habe. Und jetzt ist das schön hinterfüttert. Und vielleicht eine Information noch. Wir können die Halterung einmal so verwenden. Man sieht es jetzt vielleicht auf dem Video nicht. Oder so rum. So rum passt die nicht, weil da würdet ihr zu tief kommen und ihr müsstet hier in das GFK reinbauen. Deswegen einmal umdrehen und dann passt die Sache. Dann könnt ihr nämlich das Ganze nach oben schieben und entsprechend ins Holz reinschrauben. So, eine Information zur Verschraubung. Ich habe mir ja hier die Bohrlöcher angezeichnet. Ich hatte jetzt zwei Positionen angezeichnet. Ich setze sie weiter runter, die Halterung. Wenn ihr hier unten bohrt, dann bohrt ihr auf jeden Fall in den Zwischenboden rein. So, und das heißt, wenn ihr jetzt Gewindeschrauben nehmt, die ihr von hinten dann verschrauben müsst, kommt ihr ganz klar in den Zwischenboden rein. Und ihr habt ein Problem, ihr könnt die nicht verschrauben. Was habe ich getan? Ich habe mir hier solche Hohlraumdübel oder Hohlraumschrauben gekauft. 8x37 M8er. Mir hat ja der TÜV gesagt, ich soll hier M8er Schrauben reindrehen. Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, hier Holzschrauben reinzudrehen. Aber sicher ist sicher natürlich mit Gewindeschrauben. Ich weiß nicht, ob er das moniert hätte. Deswegen bin ich auf Gewindeverschraubung gegangen. Und weil ich das nicht kontern kann, hier oben, wenn ich da reinbohre nachher, da komme ich auf der anderen Seite raus von dem Staufach unterhalb der Küche. Da kann ich das dann zuschrauben. Aber wie gesagt, hier unten habe ich dann einfach solche Rigipsschrauben oder so Hohlraumschrauben genommen. Und dann kann ich das hier nachher schön verschrauben, die Halterung. Genau. So, alle vier Löcher sind gebohrt. Wie gesagt, hier habe ich diese Hohlraumschrauben genommen. Und hier oben habe ich durchgebohrt. Da konter ich dann gegen die andere Seite. Was ich jetzt mache, ist, ich hole mir jetzt Silikon, dichte das hier nochmal ab, bevor ich hier die Schrauben rein mache. Dann sollte das auch dicht sein. Vor allem aber auch die alte Verschraubung noch. Werde ich auch noch mit ausspritzen. Und ja, dann dürfte da auch, falls Gas ausströmt, nichts in den Innenraum gelangen. Ja, gut, nicht übertrieben. So, und von dieser Seite zeige ich euch jetzt auch mal die zwei Verschraubungen, die jetzt hier gegen diesen Kasten verschraubt sind. Also, das sieht jetzt auch ganz gut aus und ist natürlich fest, wie es sein soll. So, also die Flasche ist jetzt mal ganz grob hier drin. Hier unten habe ich auch noch ein Loch gebohrt. Das kommt dann hier raus. Genau, da ist die Schraube. Also, somit ist die Flasche hier unten auch nochmal fixiert. Und jetzt kriegt es ja hier noch die beiden Schellen. Den Befüllstutzen, der hier, den will ich ja hier an diesem Winkel dran machen. Und den möchte ich gerne hier mit an die Halterung dran schrauben. Da die aber, wie ihr seht, hier nicht dran geht, habe ich mir hier auch schon mal zwei Striche hier markiert und flexe jetzt diesen Teil hier weg. Ja, und diese Bohrung muss ich etwas aufbauen, weil das ist, glaube ich, nur eine 6er, 6er Schraub, ähm, 6er Bohrung und das sind 8er, im 8er Schrauben. Ähm, genau. Und da gehe ich jetzt in meine Werkstatt, flexe es zurecht und melde mich dann wieder, wenn das fertig ist. So, bevor ich die Flasche jetzt mit den Gasschläuchen verbinde, zeige ich euch jetzt hier einfach nochmal die Verbindung. Also, hier unten rein und, ähm, hier unten ist dieser Füllhahn, äh, der Füllanschluss hier vorne praktisch mit der Schelle verbunden. Dieses Blech habe ich ja zugeflext und habe das dann noch hier auf, etwa auf den Winkel, dass es wieder gerade ist, hingebogen. Ja, und ich glaube, das ist ganz gut geworden. Und hier unten ist ja die eine Schraube noch, wo die Gasflasche hält. Also, die sitzt bombenfest, die Gasflasche. Da wackelt gar nichts mehr. So, jetzt mache ich noch die beiden Schläuche hin. Einmal den Füllschlauch und dann oben hier den Schlauch und dann passt das eigentlich. Ich gehe hier über Kreuz. Das heißt, ich fahre jetzt hier rein und mit dem Hinteren fahre ich dann hier in die Gasflasche rein. Dann ist das, ja, dann ist das nicht so reingefriemelt. Dann passt das hier eigentlich sauber. Ganz wichtig, was ich noch sagen wollte, ihr solltet auf jeden Fall Filter einbauen. Wenn ihr vor allem auch mit LPG-Gas fahrt, dann auf jeden Fall mit Filter. Das sind die von Troma, die ich hier noch mit eingebaut habe, an die Duo Control. Direkt dran. So, also, jetzt kommen die Gasschläuche, habe ich jetzt montiert. Hier den Ausgang zur Duo Control und über diesen Multiventil hinten, 90 Grad gewinkelt, dieser Einlassschlauch, dieser Füllschlauch, der dann hier vorne an die, an den Einfüllstützen geht, den ich ja, wie gesagt, hier an der Schelle befestigt habe. Und so sieht es dann aus. Die linke Gasflasche ist ja die Aluflasche, die mache ich noch rein. Und hier jetzt die Elektronik, die werde ich morgen dann verlegen. Da fahre ich, dann habe ich hier schon mir mal ein Loch gebohrt, da fahre ich dann hier hoch. Das schließe ich aber dann morgen an, damit wir den Gasstand sehen. Ja, ansonsten, es war eine ganz schöne Fummelang mit dem Verschrauben, mit der Halterung hinten. Wenn man das zum ersten Mal macht, ja, dann muss man etwas rumprobieren, aber es hat ganz gut geklappt. So, und jetzt noch der Anschluss hier im Gaskasten. Also, ich bin da hinten hochgefahren und habe jetzt hier auch genug Kabel gelassen, damit ich, wenn ich die Flasche mal ausbauen sollte, auch das nach vorne ziehen kann. Genau. Und so sieht es dann fertig aus. So, wir fahren jetzt noch zur Befüllung, und zwar, der Joel fährt mit mir. Ich habe die Gasflasche, ich habe noch nie LPG-Gasflaschen gefüllt. Das machen wir jetzt. Mal schauen, ob ich es hinbekomme und ich hoffe, dass alles dicht ist. Sobald die Flasche voll ist, werde ich dann zur Dichtigkeitsprüfung fahren und alles eintragen lassen. Und ich sage an dieser Stelle schon einfach mal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unterstützt unseren Kanal, wie immer. Gerne dürft ihr nachbauen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne fragen. Ansonsten, gute Zeit. Viel Spaß. Abo und Like. Bis dann. Macht's gut. Ciao. So, dann probieren wir es mal. Also. Adapter habe ich schon drauf gemacht. Dieser deutsche Adapter. Jetzt kann man aber noch nichts raus. So, jetzt muss ich auf den Knopf drücken. Jetzt hier auf diesen Knopf. So, und jetzt gucken wir mal. Theoretisch unter 24 Liter rein. Ah, der hat eine eigene Abschaltung. Der hat eine eigene Abschaltung. Ich bin mal gespannt. Ah, Füllstopp. Ah, Füllstopp. Bei 22,5 Liter. Ja, da müsste eigentlich ein bisschen mehr rein gehen. Ja, okay. Ja, okay. Vielleicht war da noch ein bisschen Luft. Lassen wir das mal bei 23 Liter. Und, jetzt mache ich es mal weg. Und, jetzt bin ich gespannt. Das knallt anscheinend. Ah, das ging auch nicht. Besser wie gedacht. Bin eigentlich ganz easy. Bin eigentlich ganz easy. Also, beim Befüllen immer den Hahn zu machen. Dann wieder aufdrehen. Ja, und jetzt müsste schon Gas hier drin sein. Probieren wir nachher mal, ob wir auch Gas drauf haben. Gut, dann kommt der Adapter wieder raus. Deckel zu. So, ich schaue jetzt mal, ob die Gasanlage funktioniert. Der Daniel hat sie ja eingebaut. Jetzt überprüfen wir das mal, ob das auch richtig gemacht wird. Jetzt kommt der große Moment. Und es funktioniert. Super. Wow, jetzt sind wir mit LPG unterwegs. Voll gut. 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 Musik Musik